Super! Ich hab gehört, die Skatuns haben ein neues Album rausgebracht. Die können wir gleich mal bestellen. Skatuns und den. Ah, da ist sie schon! Heidun am Hansaplatz heißt das Album. Und ab dafür! Bleib bestellen! Kanschen Jazz, Jonas Wagner. Das ist ja schon, das ging ja schnell. Diskatuns, Heidun am Hansaplatz. Großes Album bei Rotlicht Records. Die sind echt schnell im Liefern. Wollte ich mal gucken, was die anderen so dazu sagen. Gibt es dazu irgendwelche Reviews oder so? Katouns, Heidun am Hansaplatz. Ha! Reggaeton. Guck mal hier, Reggaeton. Die haben da was dazu geschrieben. Ha! Alter, krasse! Jungs, guck mal hier! Hier müssen wir herkommen! Was ist los, Mann? Was ist los, Mann? Was ist denn das für eine Platte, Alter? Was ist das für eine Platte? Hey, Mann! Darf ich mal sehen? Darf ich auch in den Spasen zeigen? Oh! Ey, guck mal rein, ne? Guck mal rein! Und hier! Das ist doch Reggaeton, die Ecke! Ja, das ist doch Reiche und Drecke nicht, ne? Was? Alter, der Fett! Die Müllmann, da muss der Kuss nie gehen! Boah, die ist doch... Oh, ey! Ich glaub das ja wohl nicht! Fett, Mann! Das geht ab! Also, ich mein, hier, guck mal hier! Wann ist das schon so spannend? Cool sein, oder? Du musst mal gleich hier Krisch anmachen! Kannst du aber nicht hier... Mach Krisch an! Ja, mach Krisch an! Ja, pack mal schnell wieder rein! Pack schnell wieder rein! Pack schnell wieder rein! Nicht, dass ich hier noch für uns komme! Nee, das ist Scheiße! Das ist schon... Das ist schon eine gute Platte! Krisch, check das mal aus! Reggaeton, die Ehe! Ja, das ist eine gute Wahl! Ja, das ist eine gute Wahl! Nee, mach Krisch! Der macht Krisch hier plan! Ah, ja, ja! Ja, genau, genau, genau! Wir sehen uns! Tschüss! Alles klar? Alles klar! Alles klar? Bei Reggaeton D! Oder was? Ja, ja! Alles klar! Reggaeton D! Reggaeton D! Da ist alles klar!